Hallo Leute und herzlich Willkommen zu 1-1-1-Runde-Badwalk zusammen mit dem Mark und dem Aura, aber der spielt nicht mit. Nö. Ich bin der Kommentator, der nix sieht vom Spiel. Ja, ruft der gleich so Achtung, Rot kommt! Er sagt so ja ja und auf einmal kommt er von oben runter gesprungen. Ist ja schon lustig. Ah, ich bin gefallen! Nicht so schlimm, ich bau für dich weiter, aber es ist eh schon zu spät. Wir werden nicht die ersten sein, die da sind, weil die anderen fastbitchen können. Das heißt, wir müssen es jetzt hochbauen. Warum haben wir das nie gelernt? Äh, ich hab's mal versucht zu lernen. Zu bauen? Tja. Zu fastbitchen. Ja. Zum Schnellbrücken hab ich gelernt. Ich hab keine Blöcke. Und du bist tot. Jetzt schon. Wollt grad sagen, na, ich lebe noch, aber in dem Moment bin ich dann doch gestorben. Ich war halt in der Mitte und kam nicht wieder zurück. Also hab ich so ein bisschen risico gemacht. Also wurdest du ein bisschen gefickt. Ja. Ja. Ein bisschen sehr. Ein bisschen krass. So, ich bin wieder unterwegs. So, Mitte. Mitte, Leute! Ah ne, das war ein Metal. Metal, Leute! Ja. Ich mach mal auf Tryharden, okay? Du bist ein Tryhard. Back nicht rum! Die haben einen Bogen! Ja, der backt einen Kuchen mit dir. Die mobben mich. Die sind besser als ich. Ich hasse Leute. Erstmal in den Ofen schieben. So. 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 Also hab ich das Gefühl. Die gehen nicht zum Tal. Aber lass uns in Ruhe. Ne, das ist fest. Ne, das ist eh noch ein SMS-Service. Alexa. Rufe Mark an. Ja. Ja. So. Es ist Mario-Box zu Hause. Echo ablehnen. Mein Kontakt ist nicht verfügbar. Steht da. Ja, weil ich grad abbrechen gesagt hab. Das gibt's doch nicht. Abbruch. Abbruch! 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 Nicht senden! Nicht senden! Nachricht wurde gesendet. Scheiße! Hahaha! Mach ich den Besuch! Das sind aber schöne Faces denn. Der Weihnachtsmann. Oh. Er hat mich gekillt. Ah! Ich hab ihn gekillt. Mit meiner bloßen Faust, ey. Richtiger Rate-Mensch bin ich. Du hast auch ne große Faust. Was? Oh Gott! Das wirst du gar nicht wissen. Oh man, da oben kommt man ja auch rein mit seiner Hand. Wut? 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 Wow! Wow! Nein! Ich bin tot. Mario, da kommt der Lepok schon wieder! Hau ihn. Mach ihn kaputt! Oh, der baut sich sehr schnell sehr hoch. Nein! 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 Doch! Oh! Ich mach ihn tot. Ähm, wir kriegen das hin? Der muss sich schon einbauen. Oh, der baut sich zu unserem Bett ein. Ist das Problem. Ja, aber er kommt ja nicht so schnell hin. Ach, er hat unser Bett zerstört. Ich bin tot, Mario. Ich auch. Ach so. Ich würde sagen, wir hängen einfach doch direkt ne schnelle Runde dran. Ich hab ne, äh, ne, ne Anruf von Mario zu Hause kam auf meinem iPhone. Ja, läuft. Ja, komm. Wir gehen direkt in die nächste Runde rein und dann geht's direkt weiter. Ja, 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 ja. Ich fatt das schnell und dann bis gleich. So, die Aufnahme geht weiter. Ähm. Oh Gott, danke. Oh Gott, du warst mich drauf. Ah, ich hab runtergefahren. Junge, ich war grad nen Schluck Wasser. Gut, dass es bei dem... Gut, dass es bei dieser Map nicht darum geht, als erst in der Mitte zu sein oder so. Was soll denn da erstmal auf so einer eigenen Base klar zu kommen? Ich baue mal direkt weiter. Manuel, die anderen können fast britchen. Die anderen können fast britchen. Könnt ihr mal damit aufhören? Wo bist du? Wo bleibst du? Wir müssen weiter bauen. Ich wollte unser Abed einbauen. Unser Abed? Unsere Arbeit. Wer ist Abed? Abed. Woher kennst du den? Wer ist das? Bei du weiter. Ich bin Achmed weiter. Äh, hol dir ansonsten schon mal einen Knockback-Stab. Das wär sehr, sehr wichtig. Den hab ich immer dabei. Ich nicht. Das ist traurig, Mario. Oh, ich bin der Erste in der Mitte, aber hier ist nix. Nein, die kommen jetzt gleich von oben, Mario. Es regnet gleich. Ich hab was, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Komm. Hu, hu, verteidige mich. Wir sollen unsere Baseball-Cots sicher bauen. Ich verteidige. Und ihr seid tot. Nein, wir sind nicht tot. Wir leben. Wir leben. Wir haben mal wieder als erstes die Mitte. Das find ich echt toll irgendwie. Wir leben. Wir leben. Wir leben ja auch gleich als erstes tot. Nein. Weißt du, als erstes tot ist? Du. Du und deine Mama. Nein. Boah, das ist... Wir müssen nicht eine zweite Ebene drauf bauen. Wir müssen einen Rahmen bauen, dass wir uns nicht runterkicken können. Das hast du schon verstanden. Nee. Was ist denn Ramen? Rama. Rama kann man sich aufs Brot speiten. Ja, Rama Finesse. Ist irgendwie so ein Kornmittel. Korn? Korn. Kornmittel. In einem Monat. In einem Monat, ja. Verstehe ich nicht. Okay. 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 Manchmal muss man auch nicht alles verstehen. Hm? In einem Monat trinken wir alle zusammen. In einem Monat und neun Tagen. Ah, das stimmt. Und dann machen wir Grasta Party. Mhm. Ja, die kennen sich ja der Gegenseitig. Was soll denn das? Gott wird uns dabei helfen. Keiner juckt sich hier um die Mitte. Nö, hier keiner. Alle wollen sich nur oben selbst bekriegen. Wir laufen einfach unten gerade zur Mitte. Unterm Radar. Keiner juckt sich für uns. Ihr seid einfach unwichtig. Ja, die denken auch die Mitte sei unwichtig. Die Volltrottel. Die einen bauen sich doch nicht einmal zum Eisen. Nicht nur die einen. Weder die links noch die rechts. Keiner hat Eisen. Was? Die haben sich alle nicht zum Eisen gebaut. Das sind solche Vollmordenkurs. Ich brauche uns mal die Mitte sei. Oh. Oh. Oh, komm. Oh, ich bin tot. Er ist auch tot. Ja? Ja. Safe? Ja, safe. Ich habe ihn umgebracht. Ah, der baut. Jetzt baut sich einer rüber. Alter, der kann. Der hackt. Der hackt. Der hackt. Der hackt fix. Weil der fix hackt. Warum? Der hat einen kleinen Schnedelwurz. Der hat einen neuen Bogen. Wow. Der baut sich hoch. Da kommt er. Ja. Ne, jetzt wollen die alle unser Eisen haben. Ach du, stopp. Lass den nach rechts. Lass den nach rechts. Kümmer dich nur um den hier vorne. Ok, sehr nice. Lass mir ein kurzes Bronz, ne? Ich will ihn doch killen. Ne, aber guck mal, du kannst doch nicht die Gegner unterstützen. Du hilfst grad nur den Gegnern. Was soll das eigentlich? Ich will ja nicht, dass er weiter baut. Wer baut den Weg für uns, um zu den Gegnern zu kommen? Das will ich aber nicht. Ich frage jetzt nicht, ob ich behindert bin. Ob du behindert bist? Wollte ich dich grad fragen. Ah, hier schießt irgendwer. Höchstwahrscheinlich ein Feind. Marc, bist du das? Nein. Ich bin ja kein Feind. Ich bin Freund. Freund. Ich bringe uns mal das Gold zurück. Ich krieg Besuch. Hast du Kuchen gebacken? Gebacken. Gebacken. Gebacken? Gebacken? Das denn doch. Nein! Verteilig lieber den, der in der Mitte kommt. Und dich jetzt runter kickt. Okay, ich hab ihn gekelt. Nein, der kickt mich runter. Das ist ne Nudel. Und... Du hast ne Nudel. Woher weißt du das? Ja, das ist äh... Keine Ahnung. Oh, ich sollte mir mal Rüstung machen. Fällt mir so ein bisschen mal ein. Oh mein Gott, ich komme. Das will ich gar nicht. In die Base zurück. Ja. Ach Gott, sammel doch nicht auf, was ich gerade aufsammeln will. Hier brauchst du was? Ne, nicht mehr. Ich wollte mir nur ne Rüstung machen. Dass ich gefährlicher aussehe, wenn ich jetzt zur Mitte renne. So wie du und unsere Base verlasse. Ich hab 17 Eisen. Was soll ich mit dem ganzen Eisen? In die Truhe tun. Haben wir ne Truhe? Ah, in die Truhe. Wir haben in der Truhe auch 17 Gold. Ich bin so drei. Gehste zu den anderen? Ja. Ja, die bumpeln sich grad um die Mitte. Meine Mitte, meine, meine Mitte, ey. Das ist schon mal ne Mitte. Voll Spaß. Voll Spaß. Was baut er das ja einfach zu, der Volltrottel? Voll Spaß. Die war eigentlich nur ein Spaß, aber das ist echt ja ein Voll Spaß. Mario, du redest. Bist du das? Ich baue mich da grad ein bisschen hoch. Ah. Äh. Äh. Nein, Mario, du kriegst Besuch. Ich versuch erstmal in die Base-Safe zu kommen. Jetzt nicht mehr. Wir kommen von hinten. Ich hab ihn abgelenkt. Er wollte dich nicht mehr. Er wollte mich. Aber mich hat er nicht gekriegt. Wie viel dazu? Was war die Feuerwehr? Ja. Ja, jetzt fängt das Auto schon ab zu brennen. Nein, mein Auto. Das war die falsche Antwort. Mario, wir kriegen Besuch. Schon wieder. Seid. Du regelst. Du regelst das. Er regelt das, indem er abhaut. Wow, wow. Er hat nicht, er hat nicht. Wie hat er das geschafft? Ich stand fest auf. Mein Bett ist. Unser Bett ist. Ich bin tot. Wie? So schnell kann man nicht sein. Warum schreist du denn so rum? Ey, so schnell. So schnell geht das doch nicht. Das war ein Haker. Alter. Alter, nee. Das ist nicht, er hat schon krass viel Skill. Der hat mich irgendwie vom Boden über die Mauer weg raus geschleudert. Und innerhalb von Sekunden das Bett abgebaut, ey. Ich mag nicht mehr. Der war gut. Äh. Naja. Ja. Das war die zweite Runde grad schon, ne? Naja. War das... Ne, das war ein Neustart. Der war ein Neustart, aber ja. Jetzt, jetzt habe ich keine Ahnung. Egal, das war's jetzt für heute. Jetzt, egal. So, tschüss. Weg, raus, tot. Tschüss. Ciao. Ciao.